Und hier oben mache ich dann einfach als Abschluss diese hier hin. So, dann hätten wir das Dach auch endlich mal fertig gemacht. Bin ich ja schon mal froh. Dann müssen wir uns nur noch um die Inneneinrichtung kümmern. Und der Keller kommt natürlich auch noch. Kann das Lied vorhin nicht schon mal... Kommt mir immer so vor, irgendwie. Wieso kommen hier die ganze Zeit Zombies? Der brennt natürlich nicht, weil er Rüstung anhat. Oder nen Helm. Mann, jetzt wollte ich den treffen aus dem Flug, aber du versaust mir wieder die Schau, du Arsch. Mann. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt irgendwas holen. Ach, ich geh einfach nochmal hoch, dann fällt's mir da ein. Immer so schlimm mit mir. Ach so, ich wollte jetzt einfach das Holz hier anbringen. Ach, ich hab schon wieder Hunger. So. Ach, und da oben müssen wir dann theoretisch auch noch Fackeln drauf, damit da keine Viecher spawnen. Äh, überraschenderweise. Huch. Ach, natürlich, hier geht's nicht. Ich muss jetzt auch noch mitten im Raum eine Treppe bauen, das Erde. Was ist denn das überhaupt für Musik hier? Ähm... So. Und da oben müssen dann halt Fackeln drauf. Oder wir machen hier natürlich Glas rein. Und machen ne Innenbeleuchtung. Das wär auch mal ne Idee. Genau! Glas! Komm, das mach ich. Ähm... Was hab ich jetzt Holz genommen? Hätt ich doch Erde nehmen können. Ach, egal. Ich geh jetzt einfach runter. Hol' ein bisschen Glas. Haben wir da noch was? Ich hoffe. Ja, hier. Ich nehm' mal so alles mit, was ich kriegen kann. Und natürlich auch Erde hier unten. Und Fackeln. Und Glowstones brauche ich wahrscheinlich auch. Dann leg' ich schon mal das Fleisch ab und hol' mir die Glowstones. Hier 27 haben wir noch. Na gut, ich weiß nicht, ob wir die jetzt direkt brauchen. Achso. Jetzt geht's hier hoch. Ach, ich zack mich da jetzt einfach. Ich muss das eh abreißen. Warte mal. Da haben wir hier das. Und hier kommt dann Glas hin. Wo soll ich das äußerste auch noch mit Glas? Weil sonst ist es vielleicht zu klein, oder? Na gut, es reicht eigentlich. Mehr Glas brauche ich auch nicht. Das geht schon so. Und da noch eins hin. Da spawnen jetzt keine Viecher mehr, sofern hier irgendwo genug Beleuchtung ist. Und hier könnte ich gleich schon mal, ähm, erstens das hier alles wegmachen und zweitens vor allem Gegentreppen setzen. Hm. Da hab' ich noch genug. Fichtenhals wird knapp. Wo hab' ich's? Hier, nur noch 16. Okay. Ich setz' hier natürlich auch mal ne entsprechenden Farbe. Oder soll ich die innen... Ach ne, komm, innen mach' ich's nur. Okay. Find' ich besser so. Huch. Wieso ging das jetzt nicht? War's schon leer? Ach ne, hier. Ah, das sind jetzt auch die letzten, gell? Huch. Die sollen sich verbinden. Na. Wieso geht das? Hä? Ach, weil das Ecktreppen sind. Da kann man durchklicken. Gibt's auch den Bug, dass man dann da durch, äh, Kisten öffnen kann. Deswegen kann man da nix anbringen. Äh, hinten. Deswegen. So, ich bring jetzt erstmal die anderen Treppen an. Ich wollt' mich eigentlich auch gar nicht so lange daran aufhalten. Huch. Ah, jetzt hab' ich's auf... Draußen hab' ich jetzt... Hä? Das ist ein blöder Bug irgendwie. Was ist denn das? Hä? Kannst' jetzt mal gucken. Also hier, da und da. So. Jetzt muss ich wieder runter. Und wieder rein. So, dann da eine hin. Und hier. Und das Kuriose ist mit den Ecktreppen, da ist es auch nur bei, ähm... Warte, ich zeig das mal kurz. Bei diesen Treppen, äh, so. Und nicht bei diesen. Ah. Also bei diesen hier nicht. Also wenn man dann da irgendwie was macht, das geht dann immer. So wie's geplant ist. Aber bei diesen anderen Treppen halt nicht. Äh, ist wieder alles verpackt. So. Ach, Mann. Na ja, Werkbank. Da. Da kam noch Holz dabei. Hoffentlich reicht das. Ja, das reicht. Okay. Für die Reihe. Da oben muss ich ja auch noch... Achso, hier müssen noch Fichtendinger hin. Und da... ...muss noch... ...so was hin. Ich muss jetzt immer genau zielen. Siehste hier, wird schon kompliziert. Und da sowieso. So. So und so und so. So und so und so. Das ist eine Fummelarbeit hier. Na, da. Na, das schaffe ich nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Da. Und da und da. Gut. Ah, das ist blöd da unten. Und da. So. Na. Hier geht's ja noch ganz gut, aber an den Ecken ist immer kompliziert. Gut. Ähm, da. Gut. Ich wackele ja immer so komisch mit der Maus. Oh, ganz knapp hier. Hallo? Ach, das ist das Loch. Ah, da. Ja. So. Das sollte reichen. Ach, hab ich schon alles fertig. Gut. Dann muss nur noch da oben was hin, genau. Und ich hab nicht mehr genug Eichenholz, zumindest nicht dabei. Und Fichtenholz muss ich auch noch mal holen. Na, ganz cool. Na, ganz toll. So. Geh jetzt mal runter. Das kann weg. So. Na. Boah, schon wieder ein letztes Deck. Alter. Wie schnell geht denn das leer? Aber wir haben ja zum Glück was angepflanzt. Ich glaub, da fäll ich gleich noch mal einerseits Eichen und andererseits natürlich die Fichten. Aber erstmal geh ich schlafen. So, war das heute ne Bauaufnahme. Ich hoffe, wir können das mal beenden und können uns mal den Keller langsam zuwenden. Und dann der Mine auch. Um an Rohstoffe zu kommen. Weil ich brauch noch Diamanten und sowas. Und, äh, weil da hapert zur Zeit dann doch noch dran. Na. Na. Ja, das weg. Und das hin. So. So. Wo soll ich zuerst hin? Ich glaub, wir gehen in unserem Wald zuerst. Obwohl, ich könnt hier, ich hab ja Fichtensättlinge mit, ich brauch gar nicht so weit laufen. Ich könnte auch einfach hier einpflanzen und, äh, mit Knochenmehl dümmen. Das wir ja sonst eh nicht brauchen. Ah ne, das ist Quarz. Ja. Verwechsel ich schon Quarz mit Knochenmehl hier. Na ja. So. 63. So. Pfff. Ich wollte mich verarschen. Komm. Habe ich zu viel, elf Knochen mehr erstmal ausgegeben für so einen kleinen Baum. Die kenn ich auch größer. Na das schon mal besser. So, jetzt fällt wieder ein Schwein von oben. Ne, jetzt nicht. Schade. Na ja. Und den hier auch noch. Ach, diese Musik hier. So, das sollte auch schon reichen. Und dann wären wir hier oben nämlich eigentlich auch schon wieder fertig. Na gut, schon wieder. Wir hängen ja lange genug dran. So. Werkbank abbauen. Und dann könnte ich hier unten nämlich jetzt das wieder rausreißen. Das war nämlich eigentlich nur eine Bauhilfe. Damit das Wohnzimmer auch ein bisschen geräumiger aussieht. Und nicht so winzig wieder. Und da werden dann wahrscheinlich auch noch Treppen hinkommen, wo das Holz ist jetzt. Oder? Ich weiß noch nicht genau. Und dann erstmal alles raus hier. Na. Zerstör mal die Blöcke hier. Ich bin immer so ungeduldig bei Blöcken. Also bei Blöcken zerstören Minecraft bin ich immer so ungeduldig. Es kann nicht schnell genug gehen. Auch wenn ich seit zwei Jahren weiß, wie lange das dauert. Aber egal. Ach ey, diese Musik hier. Amazing Grace wieder. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Weihnachtslied oder so? Ich verbinde es irgendwie immer mit Weihnachten in meinem Kopf. Keine Ahnung warum. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Und ich schalt's dafür mal weg. Weil Weihnachten ist ja vorbei. Was ist denn das wieder? Ich glaub das Lied hören wir auch nicht so oft. Okay. 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 So. 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 Segen uns hier wieder ein. Hmm. Das baue ich mit der Schaufel ab. So. So, das war die Schaufel. Okay. Vielen Dank.